Wir vergleichen heute den neuen X1 mit dem alten und schauen, was sich alles so verändert hat. Ich starte gleich mal mit den technischen Daten vom neuen X1. Zum Marktstart des X1 könnt ihr euch zwischen neun verschiedenen Antrieben entscheiden, vom Verbrenner bis hin zum vollelektrischen. Los geht's mit dem S-Drive 18i. Der hat 136 PS und einen 3-Zylinder-Motor. Von 0 auf 100 kommt er in 9,2 Sekunden. Dann geht's weiter mit dem S-Drive 20i. Der hat 170 PS und einen 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Motor. Der kommt von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden. Der stärkste Benziner ist der X-Drive 23i mit 218 PS, einem 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Motor und Allrad. Von 0 auf 100 schafft der es in 7,1 Sekunden. Als Diesel bekommt man ihn in der Basis als S-Drive 18d. Der hat 150 PS und einen 4-Zylinder-Motor. Von 0 auf 100 schafft der es in 8,9 Sekunden. Wer 3.000 Euro mehr zahlt, der bekommt den X-Drive 20d mit Allrad. Der hat 163 PS und einen 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Motor. Der schafft es von 0 auf 100 in 8,6 Sekunden. Wer nochmal etwas mehr als 3.000 Euro drauflegt, der bekommt dann den X-Drive 23d mit 211 PS. Ebenfalls Allrad und einen 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Motor. Der schafft es von 0 auf 100 dann schon in 7,4 Sekunden. Bei den Plug-in-Hybriden gibt es zwei verschiedene Varianten. Da haben wir einmal den X-Drive 25e. Der hat 245 PS, einen 3-Zylinder-Motor und einen Elektro-Motor. Von 0 auf 100 schafft der es in 6,8 Sekunden. Und dann haben wir noch den X-Drive 30e. Der hat 326 PS, ebenfalls einen 3-Zylinder-Motor und einen Elektro-Motor. Der schafft es von 0 auf 100 in nur 5,6 Sekunden. Beide Varianten haben Allrad. Als Highlight gibt es dann noch den komplett neuen iX1 als X-Drive 30. Der hat 313 PS und schafft es von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. Der hat auch einen Allradantrieb und wenn wir den da haben, dann stellen wir euch den auch noch vor. Beim alten X1 gibt es keine vollelektrische Variante, nur einen Plug-in-Hybriden. Jetzt kommen wir aber auch schon zum Design und schauen uns mal an, was sich von außen so verändert hat. Bei den Ausstattungslinien hat man die Wahl zwischen der Basisvariante, der X-Line und dem M-Sport-Paket. Beim alten Modell gab es auch noch das Modell Advantage und die Sport-Line. Außerdem gibt es auch noch einige neue Lackierungen. Und das sind Sanremo Green, Cape York Green, Uta Orange, Space Silver, M. Portimao Blau, Individual Blue Bay Lagoon und Individual Frozen Pure Grey. Nach wie vor erhältlich sind natürlich Schwarz Uni, Weiß Uni, Saphir Schwarz, Mineralweiß, Storm Bay und Phytonic Blau. Welche Farbe gefällt euch davon am besten? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hier an der Front beim neuen X1 sieht man sofort die serienmäßigen LED-Scheinwerfer. Die gibt es auch als adaptive LED-Scheinwerfer. Hier oben haben wir dann einen angedeuteten Power-Dome. Der ist beim alten X1 nicht so zu erkennen, das ist eher flacher. Außerdem ist beim neuen die Niere deutlich größer. Beim alten ist sie kleiner und beim alten hatten wir serienmäßig Halogen-Scheinwerfer dabei. LED gab es nur gegen Aufpreis. An der Seite fallen sowohl beim neuen als auch beim alten X1 sofort die Radhäuser auf, die nahezu eckig sind. Das ist ein Designmerkmal, was wir bei fast allen X-Modellen finden. Dann kommen wir zu den Türgriffen. Die sind hier beim alten Modell noch ganz normal, wie man sie kennt, stehen raus. Beim neuen Modell sind die schön in die Tür eingearbeitet, was natürlich aerodynamische Vorteile bietet. Dann die Seitenlinie. Hier beim alten Modell ist die oben und sehr markant. Beim neuen X1 haben wir die hier unten und eher etwas weniger markant. Oben ist dafür alles fließend gestaltet und glatt. Beim neuen X1 gibt es Felgen zwischen 17 und 20 Zoll. Beim alten gab es maximal 19 Zoll. Hier hinten fallen sofort die neu gestalteten Heckscheinwerfer in 3D-Optik auf. Die gibt es optional auch mit LED-Technik. Beim alten waren die etwas runder gehalten. Dann ist hier auch neu, dass die Auspuffendrohre jetzt hinter der Stoßstange versteckt sind. Beim alten X1 waren die sichtbar und es gab entweder einen ein- oder einen doppelflutigen Auspuff. Außerdem ist das Heck insgesamt deutlich kantiger gehalten, was ihn markanter macht. Kommen wir zum Kofferraum. Das hier ist der Kofferraum des neuen X1. Hier haben wir auf der einen Seite noch ein zusätzliches Fach. Auf der anderen haben wir ein Netz, wo wir noch etwas verstauen können. Und hier unten haben wir auch noch zusätzlichen Stauraum. An der Seite finden wir außerdem noch einen 12-Volt-Anschluss. Und jetzt gehen wir mal rüber zum alten X1. Der Kofferraum des alten X1 ist im Prinzip sehr ähnlich. Hier haben wir das Netz auf der rechten Seite und dahinter noch ein Fach für zusätzlichen Stauraum. Das ist ein kleiner Unterschied. Hier unten haben wir allerdings auch noch Platz, um noch mehr Gepäck zu verstauen. Und auch hier haben wir an der Seite einen 12-Volt-Anschluss. Schauen wir uns jetzt mal den Innenraum an und starten hier bei der Rücksitzbank. Was ich schon beim Einstieg besonders gut finde, dadurch, dass es ein kleineres X-Modell ist. Ich komme da, obwohl ich nicht so groß bin, ganz entspannt rein und muss nicht wie sonst irgendwie auf eine Leiter steigen. Wenn ich hier sitze, habe ich natürlich dementsprechend viel Beinfreiheit. Ich probiere das hier mal aus. Das sind ungefähr etwas mehr als fünf Fäuste. Der Vordersitz ist auf einen 1,80m großen Fahrer eingestellt. Bei der Kopffreiheit sieht es auch super aus. Das sind bei meiner Größe drei Fäuste. Ich bin natürlich aber auch sehr klein mit nicht mal 1,60m. Dann haben wir hier hinten noch verschiedene Features. Und zwar haben wir hier eine Lüftung in der Mitte, zwei USB-C-Anschlüsse. Hier haben wir eine Armlehne mit zwei Getränkehaltern und noch verschiedene Ablagefächer bzw. Netze. Einmal hier vorne und in der Seite haben wir auch noch ein Ablagefach. Dann gibt es hier hinten im 9X1 noch zwei coole Features. Und zwar kann man die komplette Rücksitzbank mit dieser Leine hier, also die Lehne, nach vorne neigen. Das ist serienmäßig dabei. Man muss sie natürlich auch wieder ziehen, um nach hinten zu kommen. Und man kann hier unten an dem Hebel die Rücksitzbank um 13cm nach vorne verschieben. Das geht allerdings nur bei den Verbrennern, bei den Plug-in-Hybriden. Und der vollelektrischen Variante geht das wegen der Batterie nicht. So kann man dann das Kofferraumvolumen von 476 Liter auf 540 Liter erweitern. Jetzt setze ich mich mal im alten Modell auf die Rücksitzbank. Auch hier kann ich wieder sehr gut einsteigen, obwohl ich nicht so groß bin. Wenn ich sitze, habe ich natürlich wieder Beinfreiheit. Und das sind hier allerdings nur vier Fäuste, also eine weniger als im neuen Modell. Auch hier ist der Sitz wieder auf einen 180 großen Fahrer eingestellt. Wie sieht es bei der Kopffreiheit aus? Da sind ungefähr drei Fäuste, die ich hier noch habe über meinem Kopf, würde ich sagen. Dann haben wir hier natürlich auch wieder ein Ablagenetz hier vorne im Sitz. Dann noch ein Ablagefach in der Tür. Außerdem haben wir hier in der Mitte eine Lüftung und zwei USB-C-Anschlüsse. Hier können wir dann auch wieder die Armlehne runterklappen und haben hier dann noch zwei Getränkehalter. Was wir hier in unserem Modell jetzt auch noch haben, ist hier vorne so ein Tischchen. Den kann man runterklappen und dann kann man hier noch was draufstellen oder auch noch ein Getränk reinstellen. Jetzt sitze ich auf dem Fahrradsitz des neuen X1. Hier und auch drüben im alten fällt auf, dass alles an den 2er Active Tourer erinnert hier im Innenraum. Die bauen nämlich auf derselben Plattform auf. Allerdings der alte auf der Plattform des alten 2er Active Tourer und der hier auf der des neuen 2er Active Tourer. Bedeutet, grundlegend hat sich hier im Innenraum alles geändert und alles sieht sehr viel moderner aus. Highlight ist hier das serienmäßige BMW Curved Display. Das hat ein 10,7 Zoll großes Control-Display mit Touch-Funktion und dem Bediensystem OS8. Drüben haben wir das aufpreispflichtige 10,25 Zoll große Display ebenfalls mit Touch-Funktion verbaut. Serienmäßig ist da ein 8,8 Zoll großes Display. Auch in der Bedienung hat sich einiges geändert. Zwar lässt sich der BMW nach wie vor per Touch- oder Sprachsteuerung bedienen. Allerdings haben wir hier im neuen, im Gegensatz zum alten, keinen iDrive-Controller mehr. Das OS8 hat nämlich so eine gute Sprachsteuerung, dass der überflüssig wird. Im alten Modell war die Mittelkonsole noch durchgehend. Hier ist sie sehr flach gehalten und scheint zu schweben, was hier vorne ein ganz tolles Raumgefühl gibt. Außerdem haben wir hier oben kein Fach mehr, sondern haben hier unten dafür sehr viel Platz. Der Gangwahlhebel des Automatikgetriebes ist sehr klein gehalten im Vergleich zum alten Modell und wirkt dadurch sehr modern. Das Automatikgetriebe ist serienmäßig in jedem neuen X1 dabei. Außerdem können wir hier in der Mittelkonsole noch die My-Modes einstellen und können die Lautstärke über dieses Rädchen verstellen. Hier vorne haben wir dann noch eine große induktive Ladeschale, die ist umrandet mit Ambientebeleuchtung. Und hier haben wir einen Haltebügel noch für das Smartphone. Außerdem haben wir hier zwei Getränkehalter, zwei USB-C-Anschlüsse und auch einen 12-Volt-Anschluss. Hier im neuen X1 habt ihr keine Klimabedieneinheit mehr. Die einzigen Knöpfe, die wir hier noch haben, ist die Heizung für die Front- und die Heckscheibe. Die Klimabedienung wandert komplett ins Control-Display. Da könnt ihr alles einstellen und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik ist im neuen X1 serienmäßig dabei. Außerdem gibt es noch neu gestaltete Sitze, ein neues Design für die Harman Kardon-Lautsprecher und neue Lenkräder, die speziell auf die Bedienung des OS-8 optimiert sind. Und es gibt mehr Farben fürs Ambiente-Licht. Der X1 ist mittlerweile außerdem mit verschiedenen Ausstattungen bestellbar, die vorher höherpreisigen Modellen vorbehalten waren. Zum Beispiel mit dem Driving Assistant Professional, dem Parking Assistant Plus oder Augmented View. Kommen wir nochmal zu den Plug-in-Hybriden und dem vollelektrischen X1. Der X1 XDrive 30e kann rein elektrisch bis zu 88 Kilometer weit fahren. Der XDrive 25e sogar bis zu 92 Kilometer weit. Beide können an einer Wallbox mit maximal 7,4 kW in zweieinhalb Stunden vollgeladen werden. Anders sieht das beim vollelektrischen IX1 aus. Der hat eine maximale Reichweite von 440 Kilometern. An einer Wallbox mit 11 kW kann er in sechseinhalb Stunden vollgeladen werden. Beim DC-Laden sind sogar 130 kW möglich. Hier dauert es 10 Minuten, um 120 Kilometer zu laden. Und in 29 Minuten wird der Batteriestand von 10 auf 80 Prozent geladen. Beim Vorgänger gab es nur den XDrive 25e. Der konnte rein elektrisch bis zu 57 Kilometer weit fahren. Bei maximal 3,7 kW konnte er in etwas mehr als zwei Stunden auf 80 Prozent geladen werden. Das war auch schon unser Vergleichsvideo zum neuen und alten BMW X1. Welcher gefällt euch besser? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal. 惠 Untertitelung des ZDF, 2020